Hallo zusammen. Im Rahmen der Beratung für den Landeshaushalt 2021 in der kommenden Landtagssitzung haben wir zahlreiche Änderungsanträge eingebracht, um die Verteilung der finanziellen Mittel unserer Beurteilung zufolge sinnvoller oder zielgerichteter vorzunehmen. Ich stelle euch heute einen zu dem Haushaltsplan des Ressorts Wissenschaft, Forschung und Kultur vor. Im Zeitraum von 2001 bis 2008 erhoben die Hochschulen im Land Brandenburg in verfassungswidriger Weise Rückmeldegebühren in Höhe von 51 Euro pro Semester. Die Hochschulen und das Land Brandenburg verweigerten jedoch trotz Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom Januar 2017 die Rückzahlung an tausende Studenten. In Anbetracht der Tatsache, dass mit Ablauf des Jahres 2020 die Rückforderungsansprüche der Studenten gegenüber den Hochschulen tatsächlich verrieren, was die Studentinnen und Studenten über eine Massenklage verhindern wollen, gibt es dringenden Handlungsbedarf. BVB-Freie Wähler unterstützen die beabsichtigte Massenklage auf Rückzahlung der Rückmeldegebühren nicht nur politisch, sondern wir wollen auch haushalterisch für den Fall Vorsorge treffen, dass die Massenklage zustande kommt und auch Erfolg hat. Aus diesem Grund haben wir einen gemeinsamen Änderungsantrag mit der Fraktion Die Linke eingebracht, über den 5 Millionen Euro zu diesem Zweck in den Haushalt eingestellt werden sollen. Sollte er wie schon im Fachausschuss, wo er von den Abgeordneten von SPD, CDU und Bündnis 90 Grüne abgelehnt wurde, auch im Plenum keine Mehrheit finden, bleiben wir dennoch an dem Thema dran. Versprochen. Denn die Rückzahlung verfassungswidrig erhobener Studiengebühren darf aus unserer Sicht nicht mit einer juristischen Begründung bis zur Verjährung verzögert werden, sondern kann jederzeit auf politischem Wege endlich geklärt werden, vorausgesetzt der Wille ist dazu vorhanden.